Apropos schöner Anblick, B3 ist wieder da, jedenfalls einer von den Three. John Sutherland macht jetzt Solo und kommt richtig rockig rüber. Es hat wirklich eine Menge Übung gebraucht, viele Auftritte, deshalb war ich auch zwei Monate hier, um rauszufinden, wie ich das alleine auf der Bühne hinkriege, wie ich das Publikum begeistern kann und alle zum Feiern bringe. Das ist echt nicht so einfach. Zum Radfahren hat der XB3 nur selten Zeit, aber auf eines will er nicht verzichten, wenn er in Deutschland ist. Seit ich in Deutschland war, finde ich Schnitzel super.